Der Transferpoker um Randal Kolomuani ist beendet. Den Angreifer zieht es für 95 Millionen Euro zu PSG. Wie nun bekannt wurde, hat sich die Eintracht auf der Suche nach einem Ersatz zwischenzeitlich beim FC Bayern umgesehen. Fans von Eintracht Frankfurt, bevor sie mit den Nachrichten fortfahren, liken und abonnieren sie den Kanal bereits, damit sie die nächsten Nachrichten über Eintracht Frankfurt nicht verpassen. Die Bild-Zeitung meldet, dass sich die Frankfurter um eine Laie von Bayern-Top-Talent Mathis Tell bemüht haben. Zunächst hatte die französische Zeitung Les Parisien darüber berichtet. Demnach soll die SGE wegen Tell beim Rekordmeister angefragt, jedoch umgehend einen Korb kassiert haben. Die Bayern machten klar, dass sie den 18 Jahre alten Youngster nicht verleihen wollen. Telefonberater Gadiri Kamara hatte bereits im Juni deutlich gemacht, dass sich sein Schützling in München durchbeißen will. Kamara sagte seinerzeit gegenüber Sportbild, Viele Klubs in Europa hätten gerne Mathis, und zwar nicht die kleineren. Aber wir haben es bereits kommuniziert. Für uns ist es ganz klar, dass Mathis beim FC Bayern bleibt, um sich zu verbessern. Der Agent weiter. Der Verein liebt ihn, die Fans lieben ihn. Wir wollen gemeinsam eine Liebesgeschichte aufbauen. Denn Bayern ist einer der besten Vereine der Welt. Wenn man ein Spitzenspieler sein will, muss man in einem Spitzenverein kämpfen. Mathis möchte auf jeden Fall einer der Besten sein. Dafür ist er an der richtigen Adresse. Die Eintracht soll sich inzwischen anderweitig umsehen und den Ex-Dortmunder Anthony Modeste als Ersatz für Colomuani in Erwägung ziehen. Fans von Eintracht Frankfurt, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich komme jederzeit wieder und bringe mehr News von Eintracht Frankfurt.